Okay, ich bin schon drüber gewesen. Deswegen nehme ich jetzt einfach noch ein Part auf. Ich bin sowieso gerade ein bisschen drin, ein Thema und so. Ja, nochmal zurück zu diesem Umgehälte. Ich weiß nicht, wenn ihr den letzten Part jetzt nicht gesehen habt, ist es vielleicht ein bisschen blöd, dass ich hier direkt drüber rede, aber dann schaut euch einfach den letzten Part an oder... Keine Ahnung, ihr könnt es, denke ich, auch so noch peilen, worauf ich jetzt raus will. So, ähm... Ja, jetzt habe ich es nämlich gerade auch schon wieder vergessen, worauf ich hinaus will, weil ich mich hier hochgesteckt habe und konzentriert war. Genau dieses Rumgehälte von wegen, ja, geht doch aggressiver ran und so, fand ich halt absolut nicht berechtigt, zumal in den Folgen, wie gesagt, sind sich so viele über den Weg gelaufen und diese Abstauberbefürchtung, die viele hatten, von wegen, ja, wenn wir kämpfen, haben wir Angst, abgestaubt zu werden, vor allem, wenn wir in der Mitte, in der Nähe sind. Das zielte ich eigentlich erst so ein bisschen für Humburg, weil ich meine, das ist eine große Map und da dann abgestaubt zu werden, ist relativ unwahrscheinlich. Aber nachdem ich dann gesehen habe, dass da wirklich so viele auf diesen kleinen Flächen sich getummelt haben, da dachte ich mir dann schon so, okay, war vielleicht doch berechtigt. Aber naja, wie dem auch sei, jetzt haben die Leute ihre Toten ja doch noch bekommen und an einem Tag waren es, wie gesagt, irgendwie zehn Leute oder so und das ist echt krass gewesen. Aber das sind so Sachen, die Varro ausmachen. Ist ein bisschen schade, dass MC Expert zum Beispiel raus ist. Der konnte wahrscheinlich nicht viel machen, wie gesagt, ich habe die Folge von Weißweiß und Thunder noch nicht gesehen. Aber, ja, zwei gegen einen ist schon, ja, ein bisschen mies und die sind halt beide Full Diamond, glaube ich. Da machst du halt nix. Ja, und um Cars Crafter ist es mir auch ein bisschen schade, weil den mag ich und der ist auch ziemlich gut eigentlich. Vor allem, boah, in der einen Folge, ey, es ist so krass. Und die habe ich bei Zander schon gesehen. Das war die Folge, wo keiner gestorben ist, dass sich so viele gesehen haben. Da ist, also Cars Crafter und Mr. Moore haben irgendein anderes Team verfolgt. Ich weiß gerade nicht mehr wen, tut mir leid. Auf jeden Fall waren die halt in der Verfolgung und dann kamen Zander und Weißweiß von hinten. Zander kickt Cars Crafter in eine Schlucht rein. Der wäre ein Falsch an 100%ig gestorben. Aber der schafft es einfach noch MLG Water zu ziehen. Die Folge kommt heute bei mir. Ich freue mich schon so auf die Szene, Alter. Ich hoffe, der hat die übelst krass bearbeitet, weil das ist echt... Also, MLG Water in so einer Situation, wo von hinten welche kommen, man überhaupt nicht damit rechnet und sowieso aufgeregt ist von Kampf und überhaupt und sowieso. Da dann die Ruhe zu bewahren und MLG Water zu schaffen, das ist echt krass. Also ohne Witz, Props. So, machen wir uns mal ein paar Quarzblöcke, die nehmen nicht so viel Platz im Inventar weg. Zack. Und das hier lege ich jetzt einfach mal hier rein. Wieder zumüllen alles. Und dann verzaubern wir mal unsere Rüstung. Schwert wird, denke ich, auch bald abgenutzt sein. Dann kann ich da mal ein neues verwenden. Oh, naja, guck mal einer an. Hat Pointe sich ein Dach gebaut. Ach ja, stimmt. Das wollte er ja auch aus Quarz machen. Die Blöcke könnte ich ihm theoretisch noch geben, aber es sieht schon ziemlich fertig aus. Ah, deswegen hat er auch Quarz gefarmt in seinen Folgen. Vielleicht gar nicht wegen der Erfahrung. Und hier ist so ein Balkon. Sieht ein bisschen komisch aus, weil die Stützen hier so lang sind, aber insgesamt schickes Ding. Schickes Ding. Und hier, die Bücherregale sind auch fast fertig. Hier fehlen nur noch ein paar. Hier könnte man noch weiter hinmachen. Also ich glaube, das reicht auch so schon, aber ja, generell. Ach, Lapis Lazuli braucht man ja mal ganz vergessen. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, Lapis musste ich auch bald mal wieder farmen. Da habe ich nicht mehr so viel, oder? Direkt mal nachschauen. Ach, dann nehme ich noch das Eisen hier mit. Das ist gerade fertig geworden. Und dann kann ich das direkt runterlegen. Ich weiß gar nicht, wofür wir das Eisen dann noch überhaupt brauchen, so viel. Ich denke mal, ich kann mir noch einen Ammos machen und den zur Verfügung stellen. Ich glaube, das mache ich nachher noch. Wenn ich dran denken sollte. Ach, ich nehme einfach mal alles mit. Denn, ja, mit dem Ammos können wir uns ja noch ein bisschen Rüstungszeug und so weiter kombinieren. Was jetzt nicht unbedingt viel Sinn macht, wenn man immer auf Level 30 verzaubert. Da kriegt man ja schon gutes Zeug drauf, normalerweise. Und dann nochmals was zu kombinieren, ist schon hart. Haltbarkeit 3. Ich weiß nicht, wie will ich das? Es ist eigentlich nicht schlecht. Ich meine, ich brauche die Rüstung jetzt nicht für krasse Fights und so, dass ich da Schutz drauf brauche. Haltbarkeit 3 ist demnach schon okay. Ich gucke mal, was ich auf die Hose bekomme. Auch Haltbarkeit 3. Schusssicher 3. Das wäre auch geil. Gegen Skelette und so. Oder bringt das überhaupt was gegen Skelette? Ich denke aber schon. Ich mache das einfach mal. Okay, es ist nur Schusssicher 3. Ah, hätte ich jetzt schon mit ein bisschen mehr gerechnet. Mit Feuerschutz 2. Oder Schutz. Schutz 3 nehme ich mal. Schutz 3 und Dornen 2. Alter, wie geil. Also Dornen, für die, die es nicht wissen, ist, wenn ich von Mobs geschlagen werde und die Rüstung anein habe, mache ich den Mobs Schaden, wenn sie mich schlagen. Also, wenn ich geschlagen werde, bekommt der Gegner schon direkt Schaden. Bei Dornen 2 dürfte das sogar schon ein bisschen was ziehen. Das ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. So, das legen wir mal hier rein. Und hier haben wir auch noch so ein Steinschwert. Wisst ihr was? Das verwende ich jetzt mal. Und dann mache ich noch das Eisenschwert kaputt und dann ist auch mal gut. Eisenspitzhacker habe ich auch noch drin. Gut, was wollen wir jetzt noch machen? Amboss wollte ich machen, genau. So. Ich würde sagen, das stelle ich dann ins Ofenhaus. So, wir brauchen drei Blöcke, glaube ich. Drei. So. Und dann, zack, machen wir uns einen Amboss. Ich weiß nicht, ob schon jemand einen gemacht hat, beziehungsweise ob die Pointer einen gemacht hat. Voltukind ist ja immer noch inaktiv, leider. Äh, das lege ich mir mal. So. Aber wir werden es gleich sehen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob, wenn er einen gemacht hätte, ob der dann auch hier reingestellt hätte. War hier gerade noch ein Ofen am Leuchten. Okay, hab ich mir einen gebildet. Ich würde sagen, den stellen wir einfach mal... Ja, wo stellen wir den hin? Ich stelle den einfach mal hier mitten rein. So. Boah. Wenn man reinkommt, sieht man den direkt. Ich könnte jetzt wieder ein Schild dazu stellen. Sponsored by. Aber... Naja, das wird überbewertet. Die Pointer macht ja echt das meiste. Da will ich gar nicht rummeckern. Und der Turm ist echt so übertrieben hoch. Oh, Mann. Oh, hier ist... Shit. Hier sollte ich vielleicht auch nochmal Fackeln hinmachen. Eieiei. Da ist wieder ein Creeper gespawnt und hat mir das nochmal hochgesprengt. Das wäre bitter gewesen. Und hier habe ich die Fenster irgendwie richtig asynchron. Sieht das so gut aus. Ach, ich lasse das so. Schloss aus. Ich lasse das so echt. Das geht schon klar. Und hier oben, ja. Hier könnten wir... Ich würde sagen, hier mache ich auch Kisten rein. Das wird aber nicht mein Lager, sondern einfach nur zur Deko. Äh, zack. So, und hiervon noch welche. Elf Kisten. Das ist erstmal genug, denke ich. Dass wir einfach hier so ein bisschen... Ja, wie zur Deko halt haben. Ich meine, auf dem Dachboden wird ja ausgerümpelt und so hingestellt. Das hat dann schon ein bisschen Stil. Es wäre cool, wenn ich eine Begutsamkeitsspitzhacke hätte. Weil dann würde ich mir, glaube ich... Also die... Ah, ich kann die sogar öffnen. Okay, das ist cool. Weil dann würde ich mir ein paar Spinnweben machen und die hier so hinhängen. Aber naja. Mit Inneneinrichtung wollte ich mich auch mal noch drum kümmern. Ganz vergessen. Created a private chest successfully. Habe ich noch nie verwendet. Egal. Ich würde sagen, wir könnten theoretisch mal so ein bisschen erkunden. Im nächsten Part. Fraglich, ob sich das jetzt noch lohnt. Ich habe ja kaum mehr Essen dabei. Was ist denn da los? Habe ich noch irgendwo... Moment, habe ich kein Essen mehr? Das ist nicht mein Ernst. Koppel verarbeiten. Gemüse. Ups. Okay, da ist Weizen noch ziemlich viel drin. Habe ich hier denn noch ein normales Essen? Hm. Sieht nicht so aus. Ja gut, dann mache ich mir ein paar Brote. Ah, hier ist Fleisch. Ist aber kein Fleisch. Ich habe nämlich keins. Oh. Na gut, dann machen wir uns ein paar gesunde Brote. 37, das reicht erstmal. Für eine kleine Erkundungstour, denke ich. So. Und da waren auch noch Bücher und Zuckerrohr. Ich könnte mal... Moment, wie macht man denn nochmal Bücherregale? Man braucht... Ich mache mal noch ein paar. Man braucht... Holz und Bücher. Wer hätte das gedacht? So, zack. Du kommst hier wieder rein. Und Leder, genau. Wo ist denn Leder? Hier. Zack. Und das packen wir da rein. Machen wir uns... Ja, sieben Bücher sind jetzt gerade... Äh, acht Bücher sind jetzt natürlich günstig, weil ich dann nur zwei Bücherregale machen kann. Aber besser als nix. Och komm ey. Richtig doof verteilt. So. Okay. Dann kommt das hier rein. Wobei, ein Stack nehme ich mal mit, vorsichtshalber. Dann das kann ich hier rein. Und das kommt wieder hier rein. Lapis sollte ich auch nicht mitnehmen. Und bedingt nicht, dass ich das dann noch verliere. Soll ich dann, wenn ich eine Erkundungstour mache, schon das Schwert mitnehmen, das Gute. Wäre eigentlich ja sinnvoll. Ich denke, das mache ich dann auch. Oder vielleicht mache ich auch eine Erkundungstour dann mit Be-Pointe das nächste Mal. Muss ich hier mal fragen, ob er da Bock zu hätte. Ich denke schon. Was wollte ich machen genau hier? Ja, ich höre egal. Zack, komm, zack. So, dann fehlen jetzt nur noch 3, 4, 5, 6. Und dann ist es auch fertig. Ja, mach die Tür noch häufiger auf und zu. Oh, und was ist das hier hinten? Das gucke ich mir noch ganz kurz an. Ich glaube, dann ist auch die zweite Folge vorbei. So, gucken wir mal. Okay, eine Werkbank. Ah, okay. Die Netherwarzen-Farm. Hm, ich würde sagen. Für die Bücherregale, die restlichen. Ah, verdammt. Das hier kann ich auch noch abmähen. Farmen wir mal noch ein bisschen Zuckerrohr. Ich habe natürlich auch eine eigene Farm, ist mir durchaus bewusst. Aber ich werde die Be-Pointe hier irgendwo in eine Kiste legen. Wobei, man findet das möglicherweise nicht. Ich nehme sie mit. Wobei, nee, das ist assi. Ich lasse ihm zumindest ein bisschen was da. Wobei, eigentlich alles. Der hat ja auch nochmal eine Enchantment-Table drin. Als Deko wahrscheinlich. Achso, die hat er gesichert. Ja, okay. Okay, wenn du nicht willst, dann kann ich da auch nichts für. Kannst du mir nichts zur Last legen? Ich wollte dir nichts abgeben. Wenn du deine Kisten sicher hast. Gut, dann packe ich das da mal noch ganz kurz rein. Provisorisch. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.